Hi Leute, ich bin jetzt hier gerade im Weinberg unterwegs. Auf jeden Fall wollte ich euch nur mal ein kleines Update geben. Ein bisschen erzählen, was in letzter Zeit los war. Ich hoffe, die Sonne blendet jetzt nicht so sehr. Und man, ich zwinker nicht zu sehr verzerrt in die Kamera. Und zwar war nämlich einiges in letzter Zeit los. Ich wollte euch noch einen kleinen Einblick geben. Und zwar steht jetzt nämlich erstmal noch Samstag der Umzug an. Und ich werde ganz minimalistisch umziehen. Habt auch den Anreiz bekommen von euch natürlich wieder, ein Video zu machen. Und dann kommt nämlich auch noch ein lang erwartetes Video von euch. Und zwar ein What I Eat In A Day Video. Und zwar habt ihr mich das so häufig gefragt, dass es mir langsam gelangt hat. Eigentlich wollte ich nämlich dazu gar kein Video machen. Aber, weil es anscheinend so relevant ist für viele Leute, habe ich ein Video dazu gemacht. Und das kommt auch in der nächsten Woche. Dann wird es online gestellt. Und dann war ja jetzt im September erst das neue E-Book, das rausgekommen ist. Schritt für Schritt zur gesunden Ernährung. Der zweite Teil, wo es um die Umstellung auf Rohkost geht. Wie man leckere, schmackhafte Rohkostgerichte hier in seinen Speiseplan einbaut. Darum ging es. Und ja, jetzt habe ich die ganze Zeit noch ewig viel rumgemacht. Es gibt einen neuen Mitgliederbereich. Dazu kommt aber auch noch ein extra Video. Ihr könnt schon mal auf die Webseite schauen, könnt euch schon eintragen. Kriegt da jetzt die Deep Content Videos. Das habe ich die ganze Zeit gemacht. Umprogrammiert, Webseite gemacht. Und dann steht jetzt ja auch noch die Nutrition Now. Der Kurs wird in die zweite Auflage gehen. Und zwar geht es da halt wirklich um die Ernährungsumstellung. Und das ist aber nur was für dich, wenn du wirklich auf der Suche nach Wahrheit bist. Und nicht nach bequemen, faulen Lösungen. Sondern wenn du was in deinem Leben verändern möchtest. Beziehungsweise wenn du eine wirkliche Transformation mit deinem Leben durchmachen möchtest. Und wenn du satt bist, dir selber was vorzumachen. Dann ist der Kurs genau das Richtige für dich. Da geht es wirklich um die Praxis. Dieses ganze Ernährungswirrwarr. Oder warum gibt es tausend verschiedene Ernährungsrichtungen. Das kläre ich da auf. Erkläre dir schrittweise, wie es funktioniert. Ich denke, ich habe dir ja schon reichlich Ansätze auf meinen Kanal gegeben. Und so viel erklärt. Und da gehe ich wirklich strukturiert explizit ins Detail. Nimm da natürlich auch wieder kein Blatt vor den Mund. Und ja, den drehe ich jetzt noch ab für die zweite Auflage und stelle das Ganze online. Anfang Oktober kommt das Ganze. Das ist so das, was los ist. Und ja, ich hatte jetzt auch die ganze Zeit eingeschränkt das Internet. Wegen dem Umzug. Und dann, boah, hier Baustelle vor der Tür. Alles. Alles nicht die optimalen Bedingungen. Aber man macht natürlich immer das Beste draus. Nimm dem. Aber das ist eigentlich alles, was so in letzter Zeit vorgegangen ist. Es liefen noch zig andere Dinge natürlich nebenbei. Retreat hatte ich die Hütteria noch gemietet. Also da auch unbedingt, wenn ihr Lust drauf habt. Ich freue mich schon mega drauf, weil da eben auch ein neues Programm diesmal komplett stattfindet, wo es wirklich um diese Balance geht. Dass du da wirklich reinkommst und deine innere Balance, Stabilität findest. Und das Leben immer mehr genießt und in die Hand nimmst. Es fließen lässt. Und ansonsten, wenn du noch Fragen hast, dann schreib Infos. Wie gesagt, alles unten drunter immer verlinkt. Schaut immer einfach in die Infobox oder den Videos. Da steht immer alles drinnen. Genau. Und ansonsten dann genieß noch die Sonne. Mach ich jetzt auch noch. Macht's gut. Mach ich jetzt auch noch.